Und damit wünsche ich euch allen gleich zu Anfang einen wundervollen, wunderbaren, genialen Rutsch ins neue Jahr 2016. Entflieht dem Jahr 2015. Ja, aber lasst uns doch gleich mal bei 2015 ansetzen. Was waren denn so eure genialen Highlights dieses Jahres und was fandet ihr besonders scheiße? Und was ist das, was ihr euch für nächstes Jahr vorgenommen habt? Das sind immer so die Standarddinger, die irgendwie am Anfang kommen. Deswegen nehme ich die auch gleich zu Anfang rein. Ja, also von meiner persönlichen Seite aus am beschissensten, muss ich sagen, fand ich dieses ganze Terroristenzeug mit dem IS und dieses, keine Ahnung, der ganze Quark da halt. Alles, was jetzt da war, die Terroranschläge und so weiter. Vor ein paar Tagen habe ich zusammen mit meiner Freundin nochmal das Video vom 11. September geschaut. Ich werde halt immer noch sentimental. Das ist sowas von Hardcore gewesen. Ich meine, stell dir mal vor, irgendwie, du hockst da auf Arbeit im 328.000. Stockwerk und siehst auf einmal ein Flugzeug vor deiner Nase. Ist nicht so ein geiles Gefühl. Oder stell dir mal vor, du siehst das ein bisschen weiter unter dir und das crasht unter dir in das Gebäude rein. Und denkst dir, scheiße, okay, rauskommen tue ich nicht mehr. Was tust du? Springst du? Oder verbrennst du? Oder lässt du dich von einem einstürzenden Gebäude erschlagen? Was würdest du tun? Oder was würdest du tun, wenn auf einmal, keine Ahnung, du auf einem Konzert bist und auf einmal jemand eine Waffe zückt und um sich ballert? Was tust du? Um dich rum sind Frauen, Kinder, aber natürlich auch Männer gegebenenfalls. Hin und wir findet man da sowas mal. Was würdest du tun? Würdest du versuchen, andere zu schützen, dein eigenes Leben zu retten? Was würdest du tun? Das ist doch eine geile Frage. So fürs nächstes Jahr. Für nächstes Jahr. Was würdest du tun in Situation X? So von dem, was jetzt alles so war. Das war nämlich verdammt viel. Meiner Meinung nach viel zu viel. Und mich graut es vor dem Gedanken, was jetzt da noch alles kommt. Also ich will gar nicht wissen, was 2016 jetzt ansteht. Wahrscheinlich ergibt 2016 wieder irgendeine Quersumme. Lustigerweise 9, wie bei Anno. Aber was das jetzt schon wieder für irgendwelche Strange-Gläubigen in diesem Zusammenhang für eine heilige Zahl darstellt. Und alle anderen sind deswegen gleich wieder unheilig. Und ich weiß nicht was. Das ist doch einfach. Ich weiß nicht. Naja. Lasst uns doch mal über schöne Dinge nachdenken. Und jetzt beginnt der schwierige Part. Denn ich habe es mal ein wenig überlegt und mir fiel nicht wirklich viel ein, was wirklich richtig genial war letztes Jahr. Also so Game-Titel zum Beispiel. Gut, Fallout 4 muss ich sagen, war richtig genial. So irgendwie auf der Gamescom ein paar Leute gesehen, die man sonst halt nicht sieht. Also die, die man sonst halt, die man sonst nur irgendwie nicht mal hinter der Kamera sieht, sondern nur die Aufnahmen sieht. Das war ganz genial. Also Fallout 4 war bis jetzt eigentlich so der Titel, der mir am meisten zugesagt hat von den ganzen neuen Titeln, die jetzt dieses Jahr erschienen sind. Anno 22.05. Ja. Ist schwierig, da eine ordentliche Kritik irgendwie zusammenzubauen, ohne dass es irgendwie in Richtung Hate geht oder sowas. Einerseits ganz cool, weil es ist cool gemacht, sagen wir es mal so. Das ist echt cool gemacht, aber es ist auch irgendwo nicht mehr wirklich Anno, muss ich leider sagen. Und ich habe gestern mich mal hingesetzt und gegoogelt, was denn so der nächste Anno-Teil wäre. Und ich musste leider feststellen, ich habe wirklich nichts gefunden. Keine Informationen rein, gar nichts. Null, nix, nada. Das Einzige, was ich immer mal wieder gelesen habe, sind Vermutungen, die in die Richtung gehen von wegen, ja, eventuell wird jetzt da sogar gar nichts mehr wirklich gemacht, weil die Unternehmen jetzt Angst haben, so viel rein zu investieren und das am Ende wieder ein Flop wird. Aber da muss ich echt sagen, Leute, so viel gesunden Menschenverstand muss man auch wirklich haben. So blöde kann man auch gar nicht sein. Liebe Ubisoft, Leute. Ich meine, schaut euch die Reihe an. 1602, 1503, 1701, 1404. Alles geil. Manche sagen, 1602 war der geilste Teil, andere sagen, boah, 1503, absolut genialster Teil. Einige sagen, boah, fett, 1701, ey, bestes Spiel, das es gibt, ja. Viele, viele sagen, 1404, der rennt da schlechthin und andere sind da wieder anderer Meinung. Aber 2070, 2205 hat generell nur wenige Anhänger gefunden. Der einzige Unterschied zwischen diesen ganzen Teilen, die zwei letzten Spiele in der Zukunft. Ich meine, da liegt doch eigentlich das Ding auf der Hand, ja. Ich meine, das ist ja eigentlich klar, was da das Problem ist. So blöde kann man doch gar nicht sein, ja. Ich meine, jo, was jetzt geil wäre, wäre zum Beispiel Anno 1305. Oder meinetwegen vielleicht noch was, was in der Gegenwart spielt irgendwie. Anno 2016 meinetwegen, ja. Anno 2016, ja. Das wäre doch eine Überlegung. Das habe ich übrigens auch ein paar Mal gelesen im Netz. So Anno 2016 oder sowas, ja. Oder Anno 1800, ne. Das wäre auch wieder mit der Quersumme 9, ja. Das wäre auch eine Option. Und das wäre dann so, das wäre dann so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie diese Zeit heißt. Also so knapp vor der Neuzeit eigentlich. Das wäre ja eigentlich auch mal geil, so, ne. In dem Zeitraum. Aber mal schauen, vielleicht kommt noch was. Ich hoffe einfach mal drauf, weil ich meine, Anno Online kannst du nicht als Spiel bezeichnen. Das ist ein Browser-Game. Ich meine, da kannst du auch die Stämme spielen. Das macht keinen großen Unterschied, ne. Außer, dass da keine, dass da weniger bewegte Bilder sind, ja. Naja. Tja, was kann man noch so erzählen? Neben mir liegt eine Katze, die ist flauschig. Tja, also ich bin jetzt gespannt, was jetzt noch so nächstes Jahr kommt. Ich habe auch noch so ein paar Sachen angedacht, was man so machen könnte. Witcher 3 wollte ich jetzt dann mal machen. Vielen Dank übrigens an die geheimnisvolle Person, Botjani, die mir das auf Steam geschenkt hat. Die Trilogie, nicht Trilogie. Ja, und Portal 2 auch, vielen Dank. Da habe ich übrigens schon was angedacht. Das war ja nicht umsonst in meiner Wunschliste gewesen bei Steam. Da ist nämlich noch was am Brodeln mit dem Xyflon. Nicht der Xyflon-Brodel, sondern auch nicht wir brodeln, sondern wir brodeln was zusammen. Nämlich eine Überlegung. Wir wollen nämlich, wir haben da so ein Projekt angedacht. Genau, ich sage einfach mal nicht mehr als das. Ja, um nochmal ganz kurz vielleicht zu Anno zurückzukommen. Da habe ich gestern auch nochmal so ein paar Takte überlegt. Da könnte man ja eigentlich mal, wenn sich da so ein paar Leute finden und entsprechend ein bisschen Zeit oder sowas. Leute, die vielleicht programmieren können, die sich mit grafischem Quatsch auskennen. Die, keine Ahnung, 3D-Modellierung fit sind und so weiter und so fort. Da mal irgendwie selbst was zu bauen. So ein eigenes Game. So Community basiert, Community driven, Community programmiert. Community ist geil. Einfach aus dem Grunde, weil es dann Anno sein würde. Quasi wirklich das Ganze nochmal so aufzubauen, wie man es von damals kannte. Vielleicht jetzt nicht in dem abartigen Komplexitätsgrad, sondern kleine Ziele setzen. Keine Ahnung. Als erstes möchten wir, dass wir überhaupt bauen können. Jetzt noch nicht Inseln generieren und so ein Quatsch. Meinetwegen auch erstmal Inseln, die nicht generiert sind. Einfach so feste Maps oder sowas. Oder einfach bauen kannst. Und so Stück für Stück quasi so ein Ökosystem noch mit reinbringen. Und Versorgung und ich weiß nicht was. Und dann so Stück für Stück quasi aufbauen. Meinetwegen irgendwann in 3 Milliarden Jahren, wenn wir alle graue Bärte haben. Abgesehen natürlich von den Damen. Wobei, man weiß es ja nicht. Vielleicht wachsen Damen ja auch weiße Bärte. Ich weiß es nicht. Und dann quasi so Stück für Stück sich ein bisschen was aufbauen. Aber das ist alles noch in der Kinderschule. Das sind einfach nur Überlegungen. Falls ihr da irgendwie was zu habt oder so eine Idee. Oder so könnt ihr das ja gerne einfach mal in die Kommentare kritzeln. Ja, aber nun wieder zum Ursprungsthema 2016. Es steht viel auf dem Plan. Und ich hoffe, es werden nicht wieder so schlimme Ereignisse sein wie jetzt 2015. Wie gesagt, IS und tralala. Das ist einfach, nee. Ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken. Und ich denke auch nicht wirklich. Weil das ist einfach da, da wird man nur traurig. Und mehr kommt da am Ende gar nicht bei raus. Und ich persönlich denke dann immer, man muss doch irgendwas tun können. Aber das denken wahrscheinlich auch ein paar Millionen andere Menschen. Aber im Endeffekt kann man nicht allzu viel tun. Beziehungsweise man könnte, wenn alle an einem Strang ziehen würden wahrscheinlich. Aber das wollen ja denn wir viele nicht, weil sie Angst haben. Kann man ja auch irgendwo verstehen. Aber es ist zwiegespalten. Es ist zwiegespalten. Nun ja. Also, ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen wundervollen Rutsch ins Jahr 2016. Lassen wir 2015 hinter uns mit den schlimmen Ereignissen und behalten wir das in Erinnerung, was schön war. Und wie gesagt, schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und wir sehen uns dann wieder 2016. See ya!